Wenn ich geimpft bin, dann kann doch der Lockdown nicht mehr für mich gelten, oder? Ich glaube, wir müssen uns vor allen Dingen die Frage stellen, was ist mit den Sachen, die jetzt seit März verboten sind, aus guten Gründen, die wir aber alle gerne mal wieder erleben wollen. Zum Beispiel Großraumdiskotheken ohne Abstand und Maske, große Feste wie in meiner Region, wo ich zu Hause bin, die Schützenfeste. Das wollen wir doch auch irgendwann wieder erleben. Wir wollen aber gleichzeitig, dass nicht wie im Moment 400 Leute pro Tag an Corona sterben. Und da kann die Impfung eben auch helfen.